Es ist eine Libelle, eine tote Libelle, die bringt mich wirklich sehr ins Denken. Wenn Veganer, wie viele von ihnen behaupten, bessere Menschen sind, und damit will ich jetzt gar nichts gegen Veganer sagen, dann sind Spinnen definitiv keine guten Menschen. Guck's dir an, Spinnenpack, diese Spinnenschweine, die spinnen die Schweine. Du hast Flipper getötet, du scheiß Spinne. Hier, Fliege, musst du aufpassen, dass du nicht auch in diesen scheiß Spinnenweben hängen bleibst, die das Ding hier gerade für mich irgendwie voll zum großen Kino machen. Wann hast du denn mal Gelegenheit, eine Libelle so zu sehen? Bis so die, die vor zwei, drei Tagen am Pool rumgeflogen ist? Ne, sie sind nicht mehr so frisch außen, hängt schon was länger da. Ist mir nur gerade eben erst aufgefallen. Ja, aber sehr, also wenn man sich das so aus der Nähe anguckt, voll interessant. So, und da musste jetzt noch nicht mal jemand extra für sterben. Das ist, ähm, ja, so ein bisschen wie Körperwelten, ne, so ein bisschen, bisschen abstrus heute alles. Ja, ich wollte schon mal zeigen. Ne, hier, Dokumentation für zum Festhalten. Tschö.